Guten Abend zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Hier bei Ihrem Lokalsender BLK-TV am Mittwoch, 14. August. Und hier die Meldungen. Nach Auskunft des Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben, SPD, erhält der Burgenlandkreis knapp 4 Millionen Euro Förderung für die Ertüchtigung des Weißenfelser Kompostwerks. Mit den Mitteln wird der Umbau des Werkes gefördert. Damit soll Energie erzeugt und Emissionen weiter vermindert werden. Bereits seit 2023 hatte sich Erben für die Förderung eingesetzt. Nach gut viermonatiger Bauzeit wurde vergangene Woche die Landesstraße 189 beim Muschwitz wieder für den Verkehr freigegeben. Rund 500.000 Euro hat das Land hier für den Ersatzneubau eines Durchlasses an der Grunau investiert. Am 21. August findet in Weißenfels von 15 bis 17 Uhr wieder ein Trauercafé statt. Im City Pastoral in der Jüdenstraße können sich Betroffene mit anderen Menschen austauschen und sich neu orientieren. In der letzten Woche ist die Blauzungenkrankheit in zwei Stellen in Sachsen-Anhalt diagnostiziert worden. Ganz Sachsen-Anhalt gilt damit nicht mehr als seuchenfrei. Zu den Gefahren, die von der Blauzungenkrankheit aktuell ausgehen, erläutert der landwirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Olaf Feuerborn. Die Blauzungenkrankheit stellt eine ernsthafte Bedrohung für unsere Rinder- und Schafbestände dar. Vor allem für tragende Tiere. Die wirtschaftlichen Folgen können daher erheblich sein. Um die Verbreitung der Krankheit zu verhindern, sollten die Bestände geimpft werden, erläutert Feuerborn. Die Mittel werden über die Tierseuchenkasse erstattet. Das nächste Konzert des internationalen Orgelsommers findet am kommenden Freitag statt. Dieses steht unter dem Motto Orchestrale Klangwelten. Hier kann das Publikum den Organisten vom Wiener Stephansdom Konstantin Reimeyer an der Hildebrandorgel in der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel erleben. Es erklingen unter anderem Werke von Bach, Mendelssohn und Händel. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Konzertkarten zum Preis von 12 Euro bzw. ermäßigt 8 Euro sind in der Naumburger Touristinformation und an der Abendkasse erhältlich. Am kommenden Samstag und Sonntag findet in der Tongrube von Klein Aga bei Gera ein Lauf zur europäischen Truck-Trial-Meisterschaft statt. Ursprünglich war dieser Lauf in Teuchern geplant. An beiden Tagen jemals von 9 bis 18 Uhr messen sich die Truck-Piloten. Das Tagesticket kostet 18 Euro. Das Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg steckt mitten in den Vorbereitungen zur Sonderausstellung Frauenarbeit. Sie soll am 7. und 8. September der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Schau beleuchtet die zentrale Rolle der Frauen in der Schuhindustrie von Weißenfels, einem der ehemals bedeutendsten Produktionsstandorte für Schuhe in Deutschland und Europa. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Zeitzeugen-Interviews, die die persönliche Perspektive der Frauen widerspiegeln. Beim diesjährigen Winzerfest in Freiburg gibt es ein Kindertraubenland für alle jungen Besucher. Zwischen Jahnturnhalle und Gedenkhalle warten auf alle Kits, Hüpfbogen, Kletterturm, frische Waffeln und Traubenschorle. Die Männer vom UHC Sparkasse Weißenfels konnten die Saison mit dem Gewinn des Slowak-Florballcup erfolgreich beginnen. Das Finalspiel gewannen die Weißenfelser mit 4 zu 3 gegen das Team von Wittkowitsche. Soweit die aktuellen Nachrichten und jetzt geht es weiter im Programm von BLK-TV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis. Dazu wünsche ich Ihnen guten Empfang und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten.